ähm ging das da mit dir her stein oder dort das geht kaputt ich komm mal gleich wieder ja gar nicht achso ich hab gerade eine eine bitte ob du äh enchantet plus anmachen kannst ja ja haben wir doch der ist auch auf anliegen drauf wir mussten nur aktiviert werden das wäre nett danke joo viel spa hallo war da jemand wieder muzen ach ne die holen den schatten fluss zu haben ok gerade keine lust gerade keine lust und keine zeit aha geht auch kaputt dadurch oder 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 ja okay auch wieder eine richtige um das abzubauen siehst du wenn das nicht schnell genug abbrot dann gehts auch gut ja hi creeper das dauert ewigkeiten zick stück brauch ich davon ja schieß mich mal wieder durch die gegend die missviecher ich will doch nur ein paar fackeln sitzen ja ich stirb schon hoffentlich 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 schnell ach schnarch ey schnarch mhm achso die kitsch hatte er schon gelootet schnarch was bräuchte ich noch halt zombie halt zombie hallo ich glaube die zombie sterben mit einem schlag jetzt mal ein aluminium schnarch 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 da bin die spawner mit den spawnern schnarch weißt du mal was fratzen na komm natürlich wieder alles zugemölt weisern nichts zu wenig magnesium kriegt dadurch wenig mach ich hey lass mich doch mal auf einer stelle stehen jetzt scheiß zombies hm 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 wo ist das zeug das bricht dafür habe ich nicht habe ich nicht habe ich nicht warum hängen hier eigentlich heute in dem 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 nämlich ein bisschen mehr davon zeug oder ich habe davon nichts vielleicht denn hier noch in den Ich kann die Dinge noch auflegen Galiklava Wasche Kacke Ah, da hat sich meine Güte noch mal Bukit 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 Nö, 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 nö Aber auch nicht Ach komm, stirbt, Witch Wow Kacke, kacke, kacke Wie krieg ich das Zeug denn jetzt her? Mö Mö Pok Wie ja witz sind auch recht aber nur fixen bei kätzchen greift aber auch immer erst an wenn du die angreifst ja klar ja aber dann werden ja auch größer die großen katzen also die schon groß ich hab gerade geworden ist wenn es angehört ja jetzt ist es nicht die hauen die eigenen eischschaden auf die blazes ja sicher damit es lohn liebes ich weiß das müssen wir denn jetzt er hat doch mal gut aber noch zu vorne ok eine wenn ich in der ecke noch einer oder ja bleiben katzen kann ich leben müssen 1 2 3 1 2 3 1 2 oh mein hammer ist gleich kaputt oh ja das ist falsch mal kurz nach oben reparieren silicate komm das ist ein skelett jetzt ja das ist richtig war es so geil wenn sie sich gegenseitig angreifen Ja, hab ich auch nicht. Hab ich nicht, hab ich nicht. F-E-A-L. Ja toll, hab ich auch nicht. Ja. Jetzt hab ich grad schon angeschaut, ob ich das eben vielleicht... Da haben wir es wieder heil, wieso? Hä? Oh, man kann doch fast kaputt eben. Also Cheaters. Achso, ja, als Halbbarkeit hat das Ding ja wieder aufgeladen. Achso, S, ein I und ein O. Was spinn ich halt? Blöcke zum baum. Da. Äh, warum hab ich das drüber geschnitten? Bin ich hier. Vorsicht, die die jetzt brauche ich immer. Ach, kann mal ein paar mehr. Kann ja nie schaden. 1, 2, 3, ne? 1, 2, 3. 1, 2... 1, 2, 3... Äh... Lass mich verarschen. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Was ist das denn für ein Blaze? 4x... Oh, fuck. 4x... 3x... 1, 2, 3... 1, 2... 1, 2, 3... Alles was in der Inventade ist, um die anderen Sachen nicht zu nehmen. Hä? Was? Hä? Was für ne Kiste? Hier unten im Raum. Bist du quenk? Ach da! Sag doch bei dem Monster an der Glaube. Wo bin ich denn die ganze Zeit? Ich doch nicht. Puff! Ein verpeilter Vogel. Puff bist du. Bin ich verpeilt? Du gehst das immer nur im Gisten, im Gisten, im Gisten, im Gisten! Hab ich nicht. Ach Scheiße! Du kriegst dich schon voll durcheinander. Meint mich gar nicht. Mann, Gakkei! Gakkei, ich mich scheiße. Ach, da hat er keine Elfie gelassen. Ja, da war ich doch noch nicht. Doch. Ich hab dich zur Sicherheit da gelassen. Ja. Mein Gott, nächste Quest fertig. Geht doch. Ich brauch wieder mehr Kisten und ich hab keinen Platz mehr. Hm. Nächste Doppelkisschen. Pfeffern. Kann man saufen? Oh, ich will das nicht saufen, dann sterbe ich doch wieder. Ich kenn meinen Glück bei Alchemie. So, ich seh ne Kacke, stirbst davon. Hm. So, ich muss das reichen. Quick, 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 quick. Du, 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 du. Du, du. Das kann aus. Wir sind wieder weg. Sind das Our Greater Pigs. Oh, ich hab ne neue Map bekommen. Hm? Ich hab ne neue Map bekommen. Ok. Kann ich dich ja einsperren? er geht auch nicht weil du dann stirbst ja kennst du irgendwo her ist eigentlich rache süß machen da unten so verrecken was beim dritten teil nicht vielleicht weil halt darum fleischwahl hat da warum sagt Das ist wirklich schwer Ausgegehend? Da gehts Da oben ist ja noch mega viel frei Was ist denn hier? Way too much Ausgegehend du bist behindert Way too... Much No is... Warum auch nicht Way... Too much Hat Larus Block hab ich grad gefunden Ja du scheiss Spinne kick mich hier doch mal runter wieder Das Dreck 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 Oh nein Das Dreck Das Dreck Das Dreck Das Dreck Und das Dreck Das Dreck meine rüstung ich weiß man nämlich die von folgen auch immer mit nur durch diamanten ich kriege den scheiß ich kann ihn herstellen, also wir haben Kohle können nicht